Jetzt ist ein Jahr vorbei. Alles Gute und Ahoi. Mit dem Konzept Green Cruising wird AIDA weltweit die erste Kreuzfahrtrederei sein, die ihre neue Schiffsgeneration zu 100% mit Flüssigerdgas LNG betreiben werden kann. Wir taufen dich auf den Namen AIDA Nova. AIDA Nova, das ist mein Abenteuerland. Man kann das gar nicht genug mit Worten beschreiben, sondern man muss einmal da gewesen sein. AIDA Nova